Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. In der letzten Folge haben wir aufgehört, wo wir hier das ganze... Ich weiß nicht, ob der tatsächlich kommt. Ob, dass wir dieses Gebäude-Loot machen, was Neues bieten. Und das werden wir jetzt einmal tun. Das heißt, Quest begonnen. Ist eine Stufe-Dreier-Quest in einem anderen Gebiet? Mal gucken. Man kann hier übers Fenster auf jeden Fall schon mal rein. Äh, ja. Genau, das wollte ich sagen. Das reicht mir. Hier, hier, hier. So, und dann bin ich mal gespannt, wie es so insgesamt läuft. So, Schuss haben wir drin. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass hier nicht so viele Hunde sind. Aber mal abwarten, würde ich sagen. So, solange die... Ah, guck mal, die ersten Holzfäller haben wir schon. Der lebt noch. Ähm, ja, wir sind das letzte Mal in der letzten Folge tatsächlich auch das allererste Mal gestorben. Allerdings mal wieder mehr als unglücklich. Denn ich habe die Verbände in der Hand gehabt. Habe links und rechts und überall geklickt. Mal aufs Links klicken, übrigens. Äh, habe geklickt wie ein Blöder, aber es hat sich nichts getan. Äh, ja. Und dadurch sind wir dann dementsprechend leider draufgegangen an dem Verbluten. Das erste Mal geblutet in dem Spiel und dann gleich verblutet. Eher ungünstig. So, die Leiche können wir noch mitnehmen. Müssen wir mal gucken. Das ist tatsächlich... Also, die Bar gab es schon mal, allerdings in einer zerstörteren Variante. Bin mal gespannt, was uns hier alles erwartet. Ich glaube, dass der Keller, äh, glaube ich, sogar einen, äh, Bunker hat. Oder ich liege völlig falsch. Irgendwann haben wir einen geweckt. Stahlschlagringteile. Ah, ich glaube, das ist außen. Äh, die Drohne... Bisschen nervig gerade. Wenn es ein bisschen mehr Abstand halten würde, wäre cool tatsächlich. Ist das eine Horde? Puh, ich glaube, das ist eine Horde. Das hört sich nach einigen an. Das hatten wir ja tatsächlich schon mal. Das könnte interessant werden, glaube ich. Wenn das tatsächlich... Wenn das tatsächlich eine Horde ist, wird es auf jeden Fall sehr interessant. Oh, gut, das ist kein Thema. Die brauchen trotzdem nur einen Hit. Okay, ähm... Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wir klicken, glaube ich, mal raus und probieren uns mal unser Glück draußen ein bisschen. Ja, das ist nur einer. Noch keine Horde? Oder die sind schon weggelaufen? Ich habe... Einer ist auf jeden Fall auch noch da. Das hat sich nach viel mehr Schritten angehört, auf jeden Fall. Mal gucken. So, Chemie. Äh, ganz cool. Hier können wir Säure finden übrigens in dieser Chemiestation. Wenn wir ganz viel Glück haben. Aber sieht leider nicht danach aus. Geht, da ist das Ding. Was ist mit dir hier? Kollege hat sie eh schon durchgebackt. Geht das? Oh, hi. Das mit den Toren finde ich ganz cool. Können wir die auch wieder... Können wir das wieder... Okay, nice to know. Es geht nur auf, tatsächlich. Gut, das ist wiederum ein bisschen schlecht. So, wir gehen nach oben. Da ist auch so ein Chemie-Heine runtergeplumpst. Da ist... Das Ding ist auf jeden Fall hohl, aber es scheint nicht drin zu sein. Gehen wir das hier irgendwie auf? Nee. Ich glaube, das hier sind nur normale Platten, oder? Ja. Ah, guck mal. Ach, da kommen... Ah. Da sind die rausgekommen teilweise. Ah, okay. Könnte auch Lut drin liegen. Irgendwo ist noch einer. Ähm, dann haben wir das hier. Da müsste auch was dahinter sein. Äh. Ah, ja. Wieso verkleidet man das Lüftungsgitter nochmal? Dahinten soll... Irgendwo einer? Äh, wir gehen mal nach oben. Ich glaube, wir gehen aber den offiziellen Weg nach oben. Dann haben wir es hier erstmal so weit. Wobei wir... Äh, okay. Wir gehen doch über den Aufzug nach oben. Also, es gibt immer einen Weg, wo man sich nach oben bauen kann. Logischerweise. Es gibt aber auch immer einen Weg, der offiziell ist. Wo du tatsächlich dann... Also, dich nicht großartig anstrengen musst, eigentlich nach oben zu kommen. Du musst ihn nur finden. Den Weg. So. Ah, okay. Oha. Das könnte interessant werden, oder? Okay. Okay, Geier. Äh, hallo? Okay, das sind zwei. Okay, das reicht. Und der Geier. Irgendwo unten ist noch einer. Da ist noch so ein kleines Vordächlein. Da will wer nochmal ein bisschen Müll. Why not? Chiton und Ding. Okay. Ah, da geht's noch unten. Okay. Da müsste eigentlich auch was drin sein in dem Ding. Ist da was drin? Glauben wir nicht, dass das leer ist. Tatsächlich. Und ist noch einer? Boah, tausend. Ernsthaft? Gut, es geht. Da habe ich übrigens dazu. Ah, hä? Wie jetzt? Hä? Also doch, oder wie kommen wir hier? Ah! Okay. Okay, wir könnten auch wahrscheinlich Zombies drin sein. Die Klimaanlagen könnten wir zerlegen. Da müssen wir rein. Das hier ist allerdings Sicherheitsglas. Da ist der dicke Loot drin. So, wir müssen hier über die Treppe, glaube ich, dann nach unten kommen. Wir haben ein bisschen... Ah, ich bin nicht aus, doll. Sind auch schon ein bisschen überladen. Cool, wenn man sich die Drohne sucht, ist sie nicht da. Äh, komm mal her, hier. Machen wir das. So, wir sind nicht mehr überladen. Schwamm. Das ist aber so, dass... Der Schuss hat nicht gezählt, okay? Grauner feindlich gerade. Okay. Dann gehen wir hier lang. Hier ist es über Leder. Äh, ich weiß gar nicht. Brauchen wir... Ich glaube, wir brauchen noch... Oh, wir sollten vielleicht nochmal Leder mitnehmen. Wobei, wir haben durch den Bären und alles... Wir haben genug... Cool, mit Karaoke. Äh, wir haben durch den Bären und so weiter... Müssen wir eigentlich genug Leder zu Hause liegen haben. Aber wir brauchen nochmal Leder, um das Motorrad zu bauen. Das Motorrad können wir ja mittlerweile bauen. War auch cool hier. Die neuen Modelle. Und da müsste... Ernsthaft? Ist das ihr scheiß Ernst? Das ist ein Zombie-Bär. Ernsthaft? Äh, 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 äh. Ähm. Gut. Äh, da werden gleich wahrscheinlich nur andere Zombies kommen. Ich bin mal... Gut, Flucht geht. Nach unten gar nicht springen. Äh, das wird jetzt spannend. Auf jeden Fall. Es sind zwei. Nicht dein scheiß Ernst. Das sind zweimal Zombie-Bären. Kommen wir hier durch? Ist so viel da? Er schafft das auch nicht hier hoch, oder? Ihr habt gerade gesehen, wie viel ich in seinen Kopf reingepulvert habe, oder? Das Problem ist, wenn ich ihn nicht von... Wenn ich ihn... Wenn ich ihn nur so treffe, wird's schwierig. Oh, zwei Zombie-Bären. Ernsthaft? Was ist das denn für ein Ding? Das ist eine Dreier-Quest. Das ist niemand... Das ist... Das ist eine Dreier-Quest. Das ist ja auch... Ganz ehrlich, das ist ja auch völlig... Alter, zwei Zombie-Bären. Leck mich doch am Arsch. Ey, jetzt mal ohne... Was ist das denn? Wieso sind das zwei... Normale Bären sind ja schon... Habt ihr das gesehen? Vor allem das Geile ist, dass es sich mit dem Arsch zu mir gerade gebackt hat. Wo du einfach noch mal zwei Millionen Schuss mehr brauchst. Boah, das ist so ein... Alter, Verwalter. Wahrscheinlich fällt mir ja auch nur irgendwo runter. Okay. Ihn Hammer. Alter. Kommen wir da ran? Ah, guck mal. Ah, guck mal. Das Ding ist eh hin. Okay, der wäre beinahe rausgekommen. Der andere hat es tatsächlich geschafft. Zwei Stück. Der eine wäre... Einer... Okay. Der ist in dem Käfig da drin. Bis er raus ist, habe ich ihn tot. Auch mit den anderen Zombies. Aber da zähle ich jetzt hier... Dann irgendwie hier zwei Bären in die Käfig reinzuhauen. Also die meinen, dass mir der Bären bar ernst anscheinend... Alter Verwalter. Wenigstens... Also wenn jetzt hier kein guter Lutri ist, dann streike ich. Bis jetzt ist er Mist. Und ist auch noch irgendwo ein Zombie. Holla, die Waldfee. Natürlich backt er sich dann auch noch so beschissen hier hin. Die ist verschlossen. Wir haben keine Dietriche. Yay. Huch. Ich wollte eigentlich da oben treffen. Ja okay, die kommen hier nicht hoch. Die Wegfindung ist jetzt nicht so krass, dass sie das glaube ich schaffen. Äh... Toll. Ganz, 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 ganz toll. Also merke er, war eher unangenehm. Messerbauplan, den haben wir schon. So, das Ding hier müssen wir aufkloppen. Das sind 200 pro Hit. Was sind das? 7000. Da macht es Schlösserknack. Also bei denen... Irgendwas habe ich gerade getötet. Also irgendwas hat gerade wackelt. Hier macht tatsächlich das Schlösserknacken als Sinn. Draußen regnet es. Vorräte 22.46 Uhr. Vorräte auch zwei drüber. Bring die Vorräte zurück. Tracker-Book nehmen wir schnell nochmal auseinander. Baupläne. Uh, brennende Schaft-Mod. Cool. Und was nochmal hier? Äh, deine Bewegung und deine Zielgenauigkeit um maximal Schaden anzulösen. Schaden mit Sperren. Können wir verkaufen. Mittlerweile... Oh, das macht meinen Vorschlag haben wir relativ kaputt. Die Kiste hier. Was bringt ein Powerschlag? Vier Hunde... Naja, lohnt sie nicht. Da lohnt sie der normale... Also normal aufhauen dauert ein bisschen länger, aber dafür... Da brauchen wir viel weniger Ausdauer dabei. Okay, ein bisschen Munition bekommen. Wir haben leider jetzt wirklich viel mehr Munition verballert. Wir haben 100 Schuss verballert oder so, glaube ich, die Bären. Dass sich das leider nicht lohnt. Nee, nicht mal ansatzweise. Schade, schade, schade. So, das haben wir. Kann hier noch irgendwas stacken? Ja, ein bisschen was kriegen wir noch gestackt. So, da ist das, das, das. Hier ist nochmal Leder. Da ist noch was. Da ist noch ein Stühlchen. Dann haben wir hier noch... Wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch ein Hund und springt mir ins Gesicht. Toiletten. Hund, tugt sich noch der Zombie aus. Die Vorräte aus White River liegen hier noch rum. Andere Toilette. Kommen wir da auch so rein? Ja. Wie gesagt, in der Alpha 19 war hier gerne mal noch ein Hund drin gestanden. Ah, guck mal, Munition. Hat sich gelohnt. Das ist nochmal Munition. Ja, toll. Schrollfinden, Muni. Wer hätte mal eher mit Schrollfinder auf die Bären ballern sollen. Was ist das hier? Was ist das? Ist das eine Zwischentür oder so? Ah, okay. Ach so. Nee, einfach nur so. Ein Flatscreen wäre hier noch. Dann wäre hier noch das Ding. Hier ist nochmal eine Küche. Die können wir nochmal looten. Essen immer gern gesehen. Da steht noch ein Kochtöpfchen rum. Äh, das sind meine Vorräte. Äh, wir haben keinen Platz. Äh, ciao. Die 30 mal Stahl haben wir dabei. Da ist ein Loch in der Wand. So, richtig, richtig krass war der. Loot jetzt aber auch nicht. Zurück zum Händler. So, wir haben 21.36. Über... Ah, wir probieren es mal da unten. Ähm, ja, wir schaffen es leider nicht. Ja, das geht, oder? Ja, das geht. Äh, wir werden es nicht mehr zurückschaffen zum Händler. Aber gut. Das Auto können wir noch looten. So, wir haben eh gleich 22 Uhr. Dann fangen... Dann kommen halt auch nochmal die etwas krasseren Zombies. Das hier würde ich gerne mitnehmen. Ähm. Komm her. Hat aber gerade auch eine extra Runde gedreht, oder? Aber die Bärenbar ist ja krass. Zwei... Zwei Zombie-Bären. Normale hätten völlig gereicht. Zombie-Bären brauchen halt die doppelte oder dreifache Menge an Munition. Und dann vor allem... The Beard Händen, natürlich. Und dann vor allem gleich zwei Zombie-Bären da reinzusetzen. Das ist schon eine Frechheit irgendwo. Ey, sorry. Das ist ein bisschen overpowered hier. Zwei Zombie-Bären, super. Okay, wir haben uns den ersten... Oder wir haben erst... Die ersten zwei Zombie-Bären gleich erledigt. Der Händler macht leider gerade zu. Die Quest werden wir nicht mehr schaffen abzugeben. Eine Nacht-Quest leider auch nicht. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, eine eigene Basis zu bauen. Also wirklich nach... So wie ich sie eigentlich immer gebaut habe. Nur anders. Ähm. Vielleicht ein bisschen einfacher. Mal gucken. So. 22 Uhr. Händler hat leider schon dicht. Und wir werden die... Wo werden wir sie denn hinbauen? Das ist die andere Frage. Hier unten wäre der andere Händler. Da wäre meine Stadt. Hier hin waren wir allerdings noch gar nicht. Ich glaube, wir würden sie trotzdem hier hin. Oder bauen wir sie da unten hin? Ah, da müsst ihr das Zeug hinschaffen. Und würde... Naja, ich müsste weiterfahren tatsächlich. Die Frage ist, wo wir die hinkraben. Da steht schon mal ein schwarzer Wolf. Aber nur ein... Ist, glaube ich, nur ein normaler Wolf. Kein großer Schwarzer. Da ist ein Zombie. Wir gehen erstmal zurück zur Basis. Wir sind eh überladen. Ich würde tatsächlich vielleicht... Dann müssen wir nicht ganz so... Einen Aufwand mit hin und her transportieren nehmen. Und... Können wir ja trotzdem in einer neuen Stadt questen. Später werden wir das Motorrad haben. Die Städte liegen auch nah beieinander. Ich glaube, wir machen es trotzdem in der Stadt hier. Unser... Achso. War echt überhaupt lang. Auch hier haben wir noch Gebäude, die wir nicht gelootet haben. Abgesehen davon. Ich glaube, wir bauen die hier hin. Das sind wir in den Winterhöfen, finde ich, ganz cool gemacht. Hat was. Auch diese Feldwege. So. Möchten Sie noch schnell kommen? Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie. Sie sind aber auch schnell. Vielleicht kommt gleich wieder eine nächste Zombiebär. Jetzt kommen wahrscheinlich nur noch... Ja, super. Gut, wir haben uns nichts gebrochen, immerhin. Wahrscheinlich kommen jetzt nur noch Zombiebären. Durchgehend. Hallo. Hat die Drohne gerade mein Ding gerammt? Normalerweise schaffen wir das. Ja. Werden wir rechtzeitig abspringen. Okay. Äh. Jukka ist, glaube ich, ausgewachsen. Mais und das ganze andere Zeug wächst noch. In der letzten Folge sind wir einmal gestorben, aber halt unglücklich. Aber jetzt ist der Todesmalus weg. So. Das hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Dann haben wir... Dann haben wir... Das können wir verkaufen. Das Ding können wir verkaufen. Sechstausend Schutons. Ja, Holla. Oh. Zwanzigtausend haben wir geknackt. Sehr hübsch. Das können wir verkaufen. Die sind besser. Die können wir auf jeden Fall mal tragen. Ach, guck mal. Die sind eh kaputt. Ich müsste mal meine... Ich müsste, glaube ich, mal meine Klamotten reparieren, oder? Ja. Wäre tatsächlich angebracht. Äh. Dann können wir die hier verändern. Da ist nicht mal eine Mod drin. Okay. Ähm. Bring die Kohle. Kein Verkaufspreis. Dann können wir die einschmelzen. Ganz ehrlich. Bevor ich die repariere, irgendwie mit einem Kit können wir die auch einschmelzen. Ähm. Kochtopf können wir auch einschmelzen. Dann haben wir hier nochmal... Ähm. Das und das. Äh. Das hier kann auch rein. Das bringt, glaube ich, auch Messing oder sowas. Die Kühlergrills. So. Wir haben 35 mal Stahl. Ich würde sagen, bauen wir erstmal das Motorrad. Motorrad. Und zwar brauchen wir Klebeband, Leder, elektrische Teile, mechanische Teile. So. Wir brauchen Leder. Ich finde gar nichts gerade. Was war das? Hallo? Ah, da. Da ist schon mal eins. Kleber. Kleber. Leder. Kleber müssen wir nochmal herstellen gleich. Elektrische Teile haben wir hier. So. Motorrad. Wir haben das. Klebeband fehlt uns ein bisschen was. Dann haben wir den Lenker. Klebeband. Scheinwerfer. Mechanische Teile. Scheinwerfer noch. 31 Stück. Und wir brauchen noch ein bisschen Kleber. Aber Kleber haben wir schon hergestellt. Und das hier können wir gleich mal benutzen. So. Wir brauchen Klebeband. Ich glaube Minimum 12. Können wir schon mal fertigen. Dann können wir hier nochmal ein Fleisch essen. So. Motorrad. Motorrad. Motorradfahrwerk. Fertigen. Motorradlenker. Fertigen. Und dann haben wir das Motorrad fertig. Zwei Räder brauchen wir. Da könnte es tatsächlich noch scheitern. Wir haben ein Rad. Ich müsste eine Säure glaube ich opfern. Für ein Rad. Das ist wiederum scheiße. Welche Säure eigentlich bräuchte. Rad. Ja. Einmal Säure. Kohle. Öl. Metall. Plastik. Säure. Kohle. Was fehlt? Öl. Öl. Ein Rad fertigen. Wir brauchen leider zwei Räder dafür. Gut. Dann kann der ganze Rest hier wieder rein. Das hat uns jetzt leider ein Säure gekostet. Aber gut. Fünf davon haben wir übrig. Die Vorräder haben wir einstecken. Okay. Dann haben wir das Motorrad. Jetzt ist jetzt die Frage. Bauen wir hier unsere Basis hin? Ich würde irgendwo ins Feld bauen. Oder bauen wir hier unten unsere Basis hin? Ich glaube wir bauen doch da unten unsere Basis hin. Oder? In die neue Stadt. Ich muss ein bisschen schleppen dann tatsächlich leider. Aber dann können wir das eigentlich so machen. Dann nehmen wir das hier. Das hier. Dann würde ich da jetzt in der Nacht vielleicht noch hinfahren. Wollen wir gleich mit dem Motorrad hinfahren? Dann dauert das. Zwei Minuten. Drei Minuten. Ja. Also wir müssen tatsächlich mal einen kompletten Tag mehr oder weniger auch graben. Ach so Taschenmord übrigens können wir auch mittlerweile wieder herstellen. Mit Stoff und alles. Sollten wir auch mal machen. Einfach damit wir nicht mehr überladen. Doppeltaschenmord für Kleidung. Klebeband und Leder. Klebeband und Leder. Klebeband haben wir doch auch hier irgendwo rein sortiert. Da ist nochmal ein Reifilein. Ein das hier. Die Batterie ist glaube ich egal was für einen wir nehmen. Die sind nur relevant wenn man sich eine Battery Bank glaube ich hinkraftet. Irgendwo ist ein Zombie. Kann ich nicht Klebeband? Ich hatte doch jetzt noch Klebeband übrig oder? Wo ist denn das Klebeband hin? Klebeband wo bist du? Ich bin mir recht sicher dass ich dich gerade vor ein paar Sekunden da einzutiert habe. Bin blind anscheinend. Gut dann craften wir uns neues. Fünf. Why not? So Doppeltaschenmord. Eins. Macht aber auch nur eine Tasche. Das hier macht zwei für zwei. Ich würde tatsächlich sparen und mir dann erst die zweite wieder zusammen basteln. So dann haben wir das Leder. So wir haben das hier. Motorrad. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Motorrad. 50 Sekunden. Du bist das. Du bist das. Aber war vielleicht nicht die beste Idee jetzt gerade. Vor zwei auch noch. Chemie Station wäre schon cool wenn wir hätten. Zement haben wir mittlerweile. Das ist nicht mehr das große Problem. So wie sieht es aus. Zehn Sekunden Motorrad. Komm schon. Jetzt Motorrad. 110 Leder haben wir übrigens. Ich habe mal vorhin Gedanken gemacht ob ich Leder genug habe. Ja haben wir. Definitiv. So dann haben wir das hier. Dann das Motorrad fertig. Noch mal eine Minute. Okay. Dann können wir schon mal das hier noch reinbauen. Dann haben wir die Zeit zum das tatsächlich sinnvoll genutzt. So Taschenmord. So Taschenmord. Irgendwann hat mir immer noch ein Zombie glaube ich dagegen gerade. Äh. Können wir hier. Ne da. Da ist auch schon eine drauf. Da können wir glaube ich noch verändern. Abschließen. So mittlerweile eine weitere Reihe komplett bis wir überladen sind. Irgendwo ist noch ein Zombie. Und rammeln wir die Bude ein. Kaffee befindet sich im Anbau. Das Jukka Zeug ist fertig. Können wir das eigentlich irgendwie damit auch oder? Siebenmal und einmal Samen draus bekommen. Und dann können wir noch einmal Rezept für Jukka Samen. Wobei. Ganz ehrlich. Jukka brauchen wir eigentlich nicht. Tatsächlich wäre alles andere wichtiger wie Jukka. Also gerade irgendwas Essensmäßiges. Alles besser wie Jukka. So. Das. 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 Das nach da. Das nach da. Wir haben noch 58 paar Trönchen gerade übrig. Wir haben echt wenig Quadrohnen mittlerweile. Eine ganze Menge wenig. So ja. Das können wir behalten. Das selbstgebautes Maschinengewehr kann nur auf. Also das ist jetzt Zeug was ich wieder verkaufen würde. 57. Ja. Ganz ehrlich. Ranches. Okay. Die bringt 10. Aber. Müll mir auch noch das Inventar hier zu. Die AK. Die 2er können wir auf jeden Fall loswerden. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen Zeug was wir beim Händler loswerden können. Tag 10. Die müssen übrigens. Der Händler müsste jetzt auch neuen Loot haben. In der Hoffnung dass wir Säure kriegen. Ja. Ganz cool. So. Motorrad ist gleich fertig. Dann können wir das Minibike abauslagern. Können schon mal Benzin mitnehmen. 2000. Ich glaube 5000 passt uns sogar ins Motorrad rein. Das ist recht. Leider recht. Benzin intensiv. Hat natürlich aber einen größeren Slot. Wo man Dinge lagern kann. Und es ist schneller. Und es sieht cooler aus. Das ist natürlich auch ganz wichtig. So. Komm hier. Motorrad fertig. Sehr schön. Motorrad haben wir. So. Achso. Reparieren müssen wir auch ganz dringend. Weil ich es gerade sehe. Und zwar. Reparieren. Ja komm. Können wir auch gleich mal reparieren. Besser ist es. So. Das hier kann weg. Diese Sheet wäre da hier. Ah. In der Nacht ein bisschen vorsieht das sein. Nicht dass irgendwo von hinten ein Bär kommt. So. Haben wir hier noch Loot drin? Ne. Minibike nehmen. Da erschreckt mich doch nicht jedes Mal so. Oh. Das Motorrad sieht ein bisschen anders aus. Hier. Natürlich viel größeren Slot. Dann haben wir Benzin. Ja. Tatsächlich. Die 5000 Benzin passen glaube ich sogar rein. Nehmen. Ne. Aufsteigen. Ja. Da hat Matto schon was her. Da ist Matto was her. So. Ist natürlich auch ein bisschen lauter. Zieht mehr zum Nissen. So. Da haben wir das Minibike jetzt mittlerweile auf Halte liegen. Auch ganz schön. So. Als Zweitfahrrad. Wenn wir tatsächlich wieder drauf gehen. Hätten wir jetzt schon mal ein Minibike. Und kein Fahrrad mehr. Gut. Dann. 1.48. Zehn mal weiter. Und werden. Werden buddeln gehen. Wenn wir buddeln gehen wollen. Sollte ich vielleicht schnell nochmal ein Reparaturkit mitnehmen. Äh. Da. Denn unsere Schaufel wird relativ zügig aufgeben. Glaube ich. Bisschen Waffenmodifikationen können wir auch bauen. Unter anderem. Äh. Gerade brennende Schaftmodus. Das ist eigentlich für den Vorschlag haben wir dann ganz geil. Und dann marken wir uns mal die Stelle hier raus. Und sagen wir bauen da hinten tatsächlich beim Händler. Ist immer sinnvoll hinterm Händler das zu machen. Ähm. Dass wir da dann dementsprechend uns unsere neue Basis hinbuddeln. Äh. Ich werde ein bisschen. Also wir werden relativ weit nach unten buddeln. Werden uns dann einen Turm hinbauen. Durch den man aber ein bisschen anders da rankommt wie sonst. Und dann mal gucken. Und ich glaube ich werde diesmal einfach nur einen Schacht buddeln. Also nicht irgendwie dass man sich unten hinstellen kann. Wobei der Loot da nach unten fällt jedes Mal. Ah. Wir müssen mit dem Loot doch rankommen. Ah. Ich weiß auch nicht. Es gibt eine überirdische Basisvariante auch. Da muss ich nicht buddeln. Dafür ist hier überirdische relativ ineffizient. Was das Töten von Zombies angeht. Wenn man halt tief buddelt. Kriegen die Fallschaden unter anderem dazu. Was ganz cool ist. Ähm. Deswegen. Das ist schon die effizienter Variante auf jeden Fall. Mal gucken. Gut. Mal auf den Benzinverbrauch ein bisschen achten. Aber das geht glaube ich. 73 Prozent. Noch kein Prozentpünktchen verloren. 72. Ich glaube die haben ein bisschen was am Benzinverbrauch geschraubt. So schlimm. Ist es gar nicht. Wenn ich 10 Prozent jedes Mal verlieren würde. Wer erzählte ich noch im Rahmen. 71. Joa das passt eigentlich. Gar nicht so krass. Oh. Ja ab und zu beim Gehsteigen muss man noch ein bisschen aufpassen. Das ist noch ein bisschen wackeig glaube ich auch. Aber sonst. Das mit den Straßen funktioniert eigentlich sensationell gut sogar. Also für das dass das jetzt komplett neu reinkam. Geht das eigentlich. So. Hier ist ja der Händler. Oder? Genau. Da ist der Händler. Raider. Das Schöne ist. Die Zombies können halt in den Raider auch nicht einreißen. So. Dann würde ich tatsächlich hier glaube ich anfangen zu buddeln. Oder? Äh. Und dann buddeln wir uns ein zurecht würde ich sagen. So. Rahmenform brauchen wir mal vier Stück. Um das größte abzustecken. Ist die Frage bauen wir da oben. Eigentlich ist es relativ wurscht wo wir hin. Toll. Da steht eine Hundehütte. Ich hoffe ohne Hund. Ähm. Ich würde tatsächlich hier mitten rein. Das heißt hier ein. Eins. Zwei. Drei. Eigentlich bräuchte ich mehr Rahmen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wir werden das gleich aber ein bisschen anders machen. Ja. Komm ganz ehrlich. Wir machen mal 20 Stück. Greiften wir mal 20 von den Teilen. Dann machen wir es einmal richtig. So. Das. 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 Wenn ich es einmal vor Augen habe. Das Problem ist wenn wir es jetzt vergraben. Grabe ich dafür eine halbe Stunde nämlich länger. Wenn ich jetzt die in den Plan falsch lege für die Basis. Das mit dem Gras ist auch ein bisschen besser geworden. Und da zähle ich das wenn man Blöcke auf Gras platziert. Die nicht so schnell kaputt gehen. Die Blöcke. Das ist ganz cool. So. Dann würde ich mal sagen. Eins. Zwei. Drei. Hier. Da. 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 So. Nochmal 20. So. Wir haben jetzt hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Passt. Das heißt. Fünf nach da. Fünf nach da. Dann haben wir eins. Zwei. Moment. Das passt nicht. Wir brauchen. Da. 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 Das hier. Dann brauchen wir eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und beim sechsten ist es glaube ich. Müssen gleich nochmal nachrechnen. Also das ist jetzt die grobe Grundform. Die wir brauchen um das Ding auszuheben. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Passt. Passt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Passt. So. Jetzt brauchen wir da noch fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Komm. Das hier kommt schnell weg. Fünf. Hallo. Ah. Sehr interessant. Äh. Machen wir nochmal zehn. So. Fünf. Das heißt hier bei sechs. Kommt das Ding hin. So. Dann hier. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Da. Da. Das schwebt jetzt ein kleines bisschen. Da. Und. Da. Und da. Da nicht. Da. Und da. Da. Und da. Nochmal zehn. Ein ganz schönes Holz geht gerade dahin. Aber da haben wir unsere Basis wieder geplant. Und es ist halt einfach die effizienteste Art und Weise tatsächlich so eine Basis. Einer ernsthaft. So eine Basis eigentlich zu planen. So. Sehr hübsch. Der da kann wieder weg. So. Das hier ist das Grundding. Das bleibt dann mal. Und jetzt müssen wir dementsprechend das Ganze hier nach unten wegbuddeln. Und zwar eigentlich dann nach da. Das war die Drohne wieder. Hier fliegt ab und zu mal irgendwo gegen tatsächlich. So. Mit dem Erdbohrer wäre das Ganze jetzt um einiges angenehmer wie das was ich jetzt hier mache. Aber gut. Aber gut. Abgesehen davon, dass ja komischerweise das Ding immer noch Gras ist. Jetzt passt's. Aber mal gucken wie viel Erde wir hier rauskriegen und wenn wir auf Stein treffen. Aber mit Erdbohrer ist es tatsächlich um einiges angenehmer das Ding zu buddeln. Und so werden wir uns jetzt dann erstmal wieder ein bisschen was zurecht buddeln. Müssen mal gucken. Wir haben jetzt noch vier Tage. Ich würde jetzt nicht die ganze Zeit natürlich Basisbau betreiben. Mir geht's irgendwann selber auf den Geist. Euch garantiert auch. Aber ein bisschen gehört's dazu. Und diesmal bauen wir es ein bisschen größer, das ganze Ding, wie sonst. Ich hab's immer ein bisschen kleiner gehalten. Je kleiner man baut, desto schnell ist man zwar fertig, aber so viel macht's dann auch nicht aus. Vorteil ist natürlich, dass wir jetzt hier das Lehm, den lehmigen Boden bekommen. Später dann auch Sand bekommen. Wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir, das könnte schon Metall sein, kriegen wir dann auch Metall noch raus. Und natürlich dann auch Steine raus für Beton. All drum und dran. Also das passt dann schon. Und dann bauen wir einmal unsere Standardbasis. Und ich glaube, ich würde sie diesmal auch mit Garage und alles bauen. Vor allem, ich glaube auch, dass wir diesmal ein bisschen länger wie Tag 21 spielen werden. Denn ich hab richtig Bock gerade für 7 Days to Die. Und ich glaube, das werden wir machen. Würde eigentlich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir werden jetzt erstmal noch ein kleines bisschen graben. Immer mal wieder. Mal gucken, ob wir so Tag... Ist das schon zu weit? Ja, das ist schon zu weit. Wir gucken mal, ob wir Tag 14 hier schon in der neuen Basis verbringen können. Ich glaube fast nicht. Das würde ein bisschen länger werden. Ich würde es vor allem ein bisschen tiefer bauen eigentlich auch. Mal gucken. Wir sind jetzt erst zwei tief und haben erst einen. Ja, und so müssen wir halt einmal komplett außenrum. Und dann haben wir unseren Grundding. Das in der Mitte werden wir dann zum Einsturz bringen. Das heißt, das müssen wir nicht graben. Das fällt dann einfach in sich zusammen. Was wiederum es ganz cool macht. Dass wir nicht ganz so viel buddeln müssen. Aber ein bisschen buddeln gehört leider dazu. Mit dem Erdbauer würde es viel leichter gehen. Aber wenn wir Glück haben, vielleicht hat der Händler welche. Wir gucken auf jeden Fall mal bei beiden Händlern jetzt dann vorbei. Und dann haben wir die Basis in der neuen Stadt. Ich glaube, damit seid ihr ganz zufrieden. Ihr zufrieden. Ich zufrieden. Geht bitte weg hier. Und ja. Mal gucken. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen für diese Folge. Gerne ein Gefällt mir da lassen. Gerne abonnieren. Ich glaube, ich stelle die Drohle gleich weg. Dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge mehr. Bis zur nächsten Folge. Ich war alles gedamaged. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die. Ciao, ciao. Macht es gut.